Heyo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Black Ops 2 Bot Match. Dieses Mal Hardcore Team Deathmatch auf Cargo. Wir spielen 3 gegen 7. Mit der M27, für die dies interessiert. Und dem Executioner. Ich glaube so heißt der, oder? Irgendwie sowas in der Richtung. Also nach wie vor ist das Rennen in dem Spiel echt ein Witz. 3 Meter K.O. Der ist erledigt. Hallo, jemand zu Hause. Ich möchte mal Execution. Oh. Nehmen wir dich. Bedrohung neutralisiert. Oh, hier schießt was. Bin leergeschossen. Oh, oh. Ah, fuck. Da kam ich nicht mehr weg. Aber das können wir auch. Achtung. Habt Granate geworfen. Nö, können wir nicht. Ups. Oh, oh. Bitte nicht. Bitte nicht so fest. Nachladen bitte. Die auch. Hallo, geh weg. Ich hab doch nur 3 Leute. Wie kann mir denn jeder, jeden zweiten Meter einer von denen entgegenkommen? Äh, zwei Leute, sorry. Hast du ihn erwischt? Ja. Was war das? Da ist keiner zu Hause. Oh, doch. Nein! Kommt ne Nate geflogen. Oh nein. Der ist erledigt. Ich glaub die war ein bisschen zu steil. Die ist wahrscheinlich in der Luft explodiert. Wir haben die Führung übernommen. Äh, wo ist er hin? Vielleicht hätte ich doch weiter auf Recruit spielen sollen. Das ist doch ein bisschen, äh, schonender für meine Nerven. Achso. Haben wir nicht. Müssen wir erst neu bestellen. Hmm. Ja, danke. Tipps. Wir kommen zu dem Termin. Mitternachtung. Das war's... Wunsch. Wir kommen zu einem Termin. Wir kommen zu einem Termin. Wir kommen drei einfachen. Wir kommen zu einem Termin. Wir kommen zu einem Termin. Wir kommen jetzt. Wir kommen zu einem Termin. Wir kommen zu einem Termin. Nein, da hat mich auch einer erwischt. Meine Fresse, ständig werde ich hier geblockt. Oh. Oh. Nein. Nein. da ist keiner aber da holi moses bisschen verzogen kein problem huch hast du mich da schreckkollegen Ich war jetzt kurz ein bisschen irritiert, warum mein Orbitalsatellit genau gar nicht sieht. Aber da hat er sich ja doch noch gefangen. Vielleicht mussten sie noch irgendein Kabel einstecken. Hallo? Oh, da kam noch einer. Leslie. Warte mal, der war in meinem Team, oder? Verrat. Leslie, du musst leider gerichtet werden. Oh, ein bisschen weit weg. Warte mal kurz, ich nehme mal kurz eine andere Waffe. Jetzt können wir spielen. Oh, warte, das war Leslie. Leslie. Oh, verzeihung. Oh, verzeihung. na komm schon nelson war ah come on das ist eine sekunde warten können wir schießen wir gewinnen diesen kampf das tut mir so leid ich wollte nur ihn und dann bist du einfach ja das geschieht mir ganz recht und bevor ihr kommentare schreibt ich habe schon gesehen dass das im gegnerteam war das war nur ein scherz was gibt es hier schönes jetzt wollte ich gerade mal die dicken wurden auspacken und schon ist vorbei achtung jetzt was er macht er hat den teabag vergessen aber ich verzeihe noch mal wir sind am ende der folge angekommen ich danke fürs zuschauen hoffe ihr hattet spaß wünsche euch noch einen schönen tag und wir sehen uns in einem anderen video wieder bis dahin